Kennen Sie das Gefühl, zu nichts Nutze zu sein? Auf der ganzen Linie versagt und keine Aufgabe im Leben zu haben? Dann machen Sie ein Kind. Das Machen eines Kindes ist im Handumdrehen erledigt und kann mit ein bisschen Glück sogar Spaß machen. Alles, was Sie dazu benötigen, sind rudimentäre Kenntnisse Ihres Körpers. Und nach bereits neun Monaten haben Sie ein einsatzbereites Kind. Weltweit seit Generationen erfolgreich getestet. Das schaffen ja sogar Sie. Ein Kind. Endlich rund um die Uhr ein Projekt, über das Sie endlos diskutieren und philosophieren können. Ein Projekt, das Sie Tag und Nacht beschäftigen wird. Beobachten Sie gespannt die Fortschritte Ihres Kindes und lenken Sie es in die von Ihnen gewünschte Richtung. Penner oder Banker? Nonne oder Politikerin? Fussballer oder Ballermann? Ein paar erzieherische Eingriffe hier und da genügen. Endlich haben Sie die Zügel in der Hand und bestimmen, wo es lang geht. Sorgen Sie dafür, dass Ihre Ideen, Ihr Name und Ihre Nase weiterleben. Dem blöden Nachbarn die Scheiben einschmeißen? Wer kann einem Kind schon böse sein? Der Politesse die Meinung geigen? Süß. LSD ausprobieren? Ah, Ihr Kind kann ja morgen ausschlafen. Hören Sie auf, sich selbst zu optimieren. Hören Sie auf, ein besserer Mensch zu werden. Hören Sie auf, sich einzuschränken, zu verdrehen oder gar politisch zu betätigen. Wählen Sie den einfacheren Weg. Machen Sie verdammt nochmal ein Kind. Es lohnt sich. Und wenn es mal groß ist, erklärt es Ihnen auch gerne die Sache mit dem Klima. Machen Sie auf, sich selbst zu betätigen.